Herzlich Willkommen zurück bei E2C. Heute zeige ich euch einen Kommentar, womit ihr einen Schneebau bekommt, woraus wir in der Stadt bauen ko- äh, deren Stadtbau, deren Stadtbau, what the fuck, sag eine Sprache. So, ein Comment-Block, das. So, einmal diesmal fehl. Und dann macht er das. Geben wir mal ein Stück zurück. Gucken wir uns das mal an. Noch 15 Sekunden. Und jetzt bekomme ich diesen Schneeball, den darf ich z.B. in meinem Bildlandes hier hin. Geben wir mal ein Stück zurück. Genau. So. Und schon haben wir den Start. Was ist das denn? Das ist nur ein Bug, muss ich schon sagen. Äh, ja. Der zweite Befehl. Der zweite Befehl ist dieser hier. Der wird euch auch wieder per Speed gegeben. So, der baut wieder so eine Analysegeschalte im Haus. Mal schnell reingucken. Und schon kriegen wir so ein Creative City. Wir helfen mal schon nach hinten lieber. Denn die Garantie-Titzschaltung hat schon eigentlich auch zerstört. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das war uns nicht so, ja. Neu-modernerweise. So. Und die dritte Befehl kommen. Der dritte Befehl ist dieser hier. Finde ich jetzt auch der richtige? Ja. Der baut wieder so eine Schaltung hier drüber. Machen wir mit dem Generator, genau. Das ist er. So. Jetzt wurde ich gerade geteilt. Und hier sind jetzt so neue Eier. Ja. Auf meinen hier. Zugucken. Und jetzt baut er ein Dirt Mountain. So ein Dreck. Ja. Ein Drecksdreck. Ja, okay. Den können wir noch damit nicht zum Verfeindern mit Demi. Ich kann's natürlich nicht. Ja. Man kann auch ein Dirt Mountain machen. Und ein Ice Mountain machen. Dann machen wir mal eben hier noch. Direkt gleichzeitig. Jetzt fängt's an zu lenken. Was? Der kann nicht gleichzeitig? Wow. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.